Ich möchte den letzten, das letzte Dur, nur an Preisen. Jetzt geht es um neues Denken, neue Bildung in der letzten Runde und ich erkläre euch kurz, was meine erste Berührung war zu diesen Referenten, die heute jetzt den Abschluss bilden hier. Es war nämlich ein Interview, das ich, ich weiß nicht mehr, von wem zugesandt bekommen habe und das klang in etwa so, da stand ein Junge und der wurde interviewt von jemand. Die Frage wurde an ihn gestellt, wie alt bist du oder wie jung bist du? Er antwortete 13 Jahre. Fragte die Person im Hintergrund, bist du Schüler oder was bist du? Sagt der 13-Jährige, ich bin Student im zweiten Semester einer russischen Universität. Ich denke, ich habe mich verhört. Student russischer Universität mit 13. Kommt die nächste Frage, welche Fachrichtung? Sagt der kleine Sozialpädagogik und Psychologie. Ja, man hast du, kommt die nächste Frage, man hast du deine Hochschule abgeschlossen? Mit elf. Sagt er. Wie lange hast du dafür in dieser Schule gelernt? Ein Jahr. Und dann wusste ich, dem gehst du nach. So könnte der Teufel nicht lügen, dachte ich bei mir. Und jetzt ist es endlich soweit, dass wir Menschen hier haben, die uns von dieser Schule berichten, die buchstäblich in einem Jahr das hinkriegt, was andere in elf Jahren schaffen. Ich sage es mal so. Sie werden verfolgt. Sie haben im Vorfeld fairerweise uns darauf aufmerksam gemacht. Wir werden verfolgt. Ich weiß nicht, ob ihr das tragen könnt. Wenn wir hier sprechen, sage ich, jeder, der verfolgt wird, ist mein Freund. Ihr seid von uns. Ihr seid von uns. Ja. Das ist, das ist unser Privileg in der neuen Welt. Wir halten füreinander die Köpfe hin. Es ist die 14. AZK. Ich habe nahezu für jeden, der hier geredet hat, irgendwann Ohrverein gekriegt. Aber das ist die neue Welt. So macht man das, oder? Ich stehe hin für den anderen. Ich spalte mich nicht mehr. Ich liebe euch. Danke, dass du auch liebst. Hat mir übrigens sehr gefallen. Ich liebe euch. Ich sage jetzt nicht, ich liebe euch mehr, sonst haben wir schon den ersten Streit. Aber ich habe es schon öfter gesagt. Also ich habe einen Bonus hier. Gut. Also jetzt müssen wir zum Punkt kommen. Wir haben einen Schüler hier von dieser Schule und wir schauen jetzt mal kurz in die Tonbildschau rein, um sie vorzustellen, um wenn es hier geht. Es ist der jüngste Referent der AZK-Geschichte, erst 20-jährig, der jetzt dann hochkommt mit seiner Magistra. Richard Kandlin, geboren 1997 in Deutschland, war von 2011 bis 2014 Schüler an der Chetinin-Schule in Russland. 2014 und 2015 hielt er Vorträge und Seminare im deutschsprachigen Raum über seine Erfahrungen in der Chetinin-Schule. Seit 2015 ist er Mitarbeiter in der Weinbergschule und Ausbildner für Schaubildbegleitung und Weinbergpädagogik an der Weinbergakademie. Magistra Sonja Mayer Geboren 1973 in Österreich, ist Pädagogin, Gründungsmitglied und Schulleiterin der Weinbergschule. Eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht in Seekirchen-Salzburg in Österreich. Seit 2015 in Zusammenarbeit mit Richard Kandlin. Ab 2015 Ausbildnerin für Weinberg, Pädagogik und Schaubildbegleitung an der Weinbergakademie. Ausbildnerin an der Christlichen Akademie. Richard Kandlin und Magistra Sonja Mayer sprechen heute zu Ihnen zum Thema Neues Denken, neue Bildung. Herzlich Willkommen! Neues Denken, neue Bildung. Uns wird so vieles nicht gesagt und darum ist die AZK, wir sind gespannt, das aus dem Mund eines 20-Jährigen und seiner Magister zu hören. Wir machen jetzt solche Ohren, ja. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Ich bin sehr erfreut über so viele Menschen, die ein offenes Ohr haben dafür. Wie schon oft erwähnt worden ist, jetzt von den anderen Referenten, braucht es an selbstdenkenden und hinterfragenden Kindern in der Bildung, in der Schule. Und wir, ich und die Sonja Mayer, möchten euch eine Botschaft verkünden. Eine Botschaft einer neuen Bildung, die eine Bildung, in der Lernen von schwierigen Wissensinhalten mit Spaß, Freude und Leichtigkeit geschehen kann. Eine Bildung, die greifbar nahe und leicht umzusetzen ist. Doch in einer Bildung geht es mir nicht nur um Wissen, wie ihr in den anderen Vorträgen schon gehört habt. In der Bildung geht es mir mehr um etwas anderes. Um das zu verdeutlichen, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Kennt ihr die Geschichte eines Menschen, der noch nie zu leben begonnen hat und dann starb? Es war einmal ein Junge. Der ging mit sechs Jahren zur Schule. Seine Eltern sagten ihm, mach immer ganz ordentlich deine Hausaufgaben und lerne fleißig, damit du gute Noten kriegst. Das macht er auch. Mit elf Jahren ging er mit dem besten Zeugnis der Klasse ins Gymnasium. Er lernte täglich von früh bis spät und die Lehrer sagten ihm, aus dir wird mal ein erfolgreicher Mensch. Mit 19 schrieb er seine Abitur mit ausgezeichneten Noten. Danach ging er an die Universität, denn er wusste, dass er nur mit Universitätsabschluss eine gute Zukunft haben wird. Drei Jahre vergingen und er bekam seinen Bachelor und noch zwei Jahre vergingen und er fing an, seine Masterarbeit zu schreiben. Mit 26 Jahren war er endlich soweit und er bekam sein Diplom. Er arbeitete weitere zwei Jahre lang an seiner Doktorarbeit. Er promovierte in seinem Fach und als der Junge 28 Jahre alt war, nannten ihn die Menschen mit 30 Jahren bekam er seinen Krebs und er starb. Das war die Geschichte. Ein richtiges Dilemma, diese Geschichte. Was hat dieser Junge nun vom Leben? Ich will mit dieser Geschichte verdeutlichen, dass es im Leben außer Wissen noch etwas braucht. Ich habe nichts gegen dem Erlernen von Wissen, aber es fehlt mir etwas. Wenn Kinder von Bildung sprechen, erzählen sie auch, dass ihnen größtenteils etwas in der Bildung abgeht. Momentan, wie ihr alle wahrscheinlich schon wisst, ist die Bildung dazu da, um uns Menschen zu arbeitern und Geldverdienern auszubilden und der Wirtschaft unseren Dienst zu leisten. Die Bildung ist klar strukturiert, wie bei der Geschichte des Jungen. Fügen wir uns dieser Struktur, werden wir unterstützt. Wenn unser Lebensziel es nicht ist, Geld zu verdienen und wir nicht in dieser Struktur sein wollen, dann gefällt es der Politik und der Wirtschaft überhaupt nicht. Und sie müssen, ob sie wollen oder nicht, mit ihren Behörden und mit ihren anderen Instanzen Instanzen uns hineinzwängen. Und wenn jemand die Wirtschaft kennt, dann weiß er, dass unsere heutige Wirtschaft ohne Ausbeutung keinen Bestand hat. Im Leben geht es nicht um das Lernen von Wissensinhalten. Sogar die Bibel sagt das ganz deutlich. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sie sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Da steht in der Bibel, es geht hier nicht um Wissen, sondern es geht um den Heiligen Geist, um Beziehung, um den Umgang mit Menschen, um den Umgang mit der Umgebung und mit dem Umgang mit sich selbst. Das ist eine andere Ebene des Seins. Eine Ebene, die fern von materiellen Erfolg, von Bereicherung und Darstellung ist. Eine Bibelstelle bringt alles nochmal auf einen Punkt. Es ist der Psalm 39. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf. Aber letztendlich weiß niemand für wen. Diesen Satz muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Diesen Heiligen Geist, von dem ich gerade eben gesprochen habe, den bin ich in der Weinbergschule begegnet, als ich im deutschsprachigen Raum angefangen habe, das Wissen aus der Schatteninschule weiterzugeben. Seit ich nun dort bin, in der Weinbergschule, sind wunderbare Dinge passiert. Großartige Lernfortschritte, großartige Dynamik unter Schüler und Lehrern, wo Wissen einfach nur fließt. Ein herausragender sozialer Umgang in der gesamten Schule. Und worauf ich ein großes Augenmerk lege, ist, dass Kinder bei uns in der Schule angefangen haben, selbstständig zu denken, zu hinterfragen. Und zum Beispiel wird in unserer Schule kein Handy benutzt. Kennt ihr diesen Spruch, auf einen toten Hund wirft niemand einen Stein? Weil so wunderbare Dinge passieren und weil es bei uns in der Weinbergschule funktioniert, greifen Politik und Kirche die Schule massiv an. Ich weiß nicht, ob ihr es an mir noch sehen könnt, ich bin noch ein bisschen davon betroffen. Es liegt mir schwer am Herzen, was, wenn man im Alter von 20 Jahren mit dem konfrontiert wird, was, also ganz direkt, was Verleumdung ist und was, wenn man in den Dreck gezogen wird. Und ich bitte euch um Gebetsdeckung. Bitte nehmt euch die Zeit dafür. Danke. Eins möchte ich noch sagen. Christenverfolgung gibt es nicht nur in China oder Syrien. Christenverfolgung gibt es in Salzburg. Von Großkirchen, von der Politik heraus, von Schulbehörden und anderen Machenschaften. Das waren jetzt meine einleitenden Worte. Jetzt gebe ich der Sonja das Wort. Wenn Sie das hören, liebe Zuhörer, oder ich darf eh du sagen, dann ist mir viel lieber. Dann werdet ihr euch sicher fragen, warum hat so eine kleine Schule so einen starken Gegenwind? Weil, ihr müsst ja wissen, dass unsere Schule nur 18 Schüler hat und von 30 erwachsenen Personen getragen wird. Wenn diese Sache jetzt so entgegen dem öffentlichen Interesse steht, dann muss es ja auch Früchte geben, die den öffentlichen Stellen nicht schmecken. Und ich möchte euch jetzt was zeigen. Diese Fotos wurden in der Indocherman School letzte Woche aufgenommen. Diese Schule ist eine Partnerschule von uns. Sie liegt im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Das ist ein fast ausschließlich von Hindus bewohnter Bundesstaat und noch sehr ursprünglich indisch. Da hat sich den Fortschritt noch nicht so geöffnet wie die anderen Teile von Indien. Wir sind gerade dabei, dort eben einen alternativen Schulzweig aufzubauen. Und die Frage ist jetzt, was bewegt Jugendliche im Alter von 14, 15 Jahren freiwillig in die tiefsten Tiefen Indiens einzutauchen? Weil die Versorgungslage dort ist nicht unbedingt so rosig. Das heißt, manchmal ist es so, dass es nur drei Liter Wasser am Tag gibt für die Körperpflege. Es ist drückend heiß, es gibt kein Internet, es ist weit und breit keine Stadt und kein Dorf, wo man vielleicht einkaufen gehen kann. Die Jugendlichen könnten doch auch viel lieber zu Hause in Österreich sein und sich es gut gehen lassen. Was bewegt jetzt diese Jugendlichen, sich in der vollsten Blüte ihrer Pubertät die eigene Bedürfnisse zurückzustellen und für sechs Wochen ihre Fähigkeiten und Talente in den Dienst für andere zu stellen? Das hängt eben mit ihrem Denken zusammen und mit dem, wie sie die Welt verstehen. Und das Motto unserer Schule ist, das Leben ist die Schule. Ich werde euch jetzt die Inhalte und Visionen unserer Schule vorstellen und was uns ein ganz großes Anliegen ist, ist, wir wollen Menschen heranwachsen lassen, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen, Menschen, die Kopf, Herz und Hand gemeinsam benutzen. Und so steht der Weinbergschule als Lern- und Erfahrungsraum der Zerchiesenhof zur Verfügung. Das ist ein 35 Hektar großer, biologisch bewirtschafteter Bauernhof und er beheimatet eine christliche Gemeinschaft. Er widmet sich als sogenannter Achehof der Erhaltung und Züchtung von alten, vom Aussterben bedrohten Nutztierrassen. Und das, was ihr hier seht, ist vom Fußballplatz aus unser Dorfplatz, rechts davon. Genau, das ist unsere kleine Schule und da ist die Küche mit dem Speiseraum. Und die Landwirtschaft, die birgt natürlich sehr viel Potenzial für die Schüler, die dürfen nämlich da überall mithelfen. Das heißt, bei den Pferden, in verschiedensten Werkstätten, wir haben Holz- und Metallwerkstätten, die laden zum Mittun ein. Es wird Brot gebacken, Joghurt hergestellt, Ziegen gemolken. Sie sind beim Bau von zum Beispiel einer Futterkrippe bei den Pferden dabei oder bauen eine neue Hundehütte für unsere Hunde. Und da ihr ja alle nicht, da ich euch alle nicht mitnehmen kann zu unserer Schule, habe ich jetzt ein paar Fotos auch immer wieder mitgebracht, damit ihr wirklich seht, was diese Schule des Lebens auch beinhaltet. Genau, das ist der Umgang mit den Tieren. Da sieht man, das ist ein Junge von zehn Jahren, der eben dem Pferd die Hufe raspelt. Bei uns beim Brot backen. Und in der Küche, da werden, glaube ich, gerade Teigtaschen gemacht. Wesentlich ist für uns die Vielfalt an Betätigungsfeldern, die den Kindern zur Verfügung steht. Und vor allem Betätigungsfelder, die nicht aufgesetzt sind, also irgendwo so kreiert, weil es halt gut wäre, sondern die aus dem Leben entstehen. Das ist ein wichtiger Teil von unserem Lernumfeld. Aber die Essenz für das Lernen ist noch ein ganz anderer und ein ganz wichtiger. Und zwar, die Erwachsenen, die fungieren als Vorbilder. Und zwar in allem. Und unter Bildung darf man nicht nur das Schulwissen verstehen. Es ist auch ganz, ganz wichtig zu lernen, wie kann ich gute Beziehungen führen. Wie kann ich gut mit Problemen umgehen. Wie löse ich Konflikte im Dialog. Das sind einfach wesentliche Inhalte, die in die Schule gehören. Und eins ist ganz klar, die Kinder schauen sich alles von uns ab. Und zwar wirklich alles. Alles Gute und auch alles Schlechte. Das heißt, wir müssen einfach wirklich versuchen, in unserer inneren Haltung den Kindern voranzugehen. Das werde ich dann später auch noch ein bisschen ausführen. Das heißt, wir sind die Vorbilder. Wir Erwachsene. Und unser Motto ist, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und das finde ich auch so schön hier in diesem Rahmen. Man spürt einfach diese große Gemeinschaft, dieses Dorf, sage ich jetzt einmal, das hier so vorbildlich zusammenwirkt und zusammenhilft, dass so etwas Großes stattfinden kann. Das beeindruckt mich sehr und möchte einen großen Applaus aussprechen. Für uns wichtig ist, dass es einen lebendigen Austausch gibt zwischen den Generationen im Miteinander. Und das wirklich als Schulkonzept. Das heißt, im täglichen Leben, im Hier und Jetzt. Und stellt euch vor, wir glauben auch, dass jeder Mensch Talente hat. Und jeder Mensch in irgendeiner Weise eine Hochbegabung. Und Hochbegabung bedeutet vieles. Das betrifft nicht immer nur das Wissen. Hochbegabung kann auch sein, dass jemand ein besonderes handwerkliches Geschick hat. Dass er ein Organisationstalent hat. Dass er eine Gabe hat, vor Menschen zu sprechen und ihr Herz zu berühren. So wie wir das bei Ivo Sasek zum Beispiel sehr gut sehen können. Und genau diese Talente gilt es bei den Kindern zu finden und diese auszubauen. Ganz egal, welche Art das ist. Aber, da müssen wir auch noch dazu sagen, wir haben heute eh schon was gehört von Spezialisten. Für uns ist es auch ganz wichtig, ein Mensch soll nicht ausschließlich ein Spezialist in etwas werden. Weil Spezialisten haben dann manchmal so ein bisschen eine eingeschränkte Sicht auf die Dinge und übersehen andere wichtige Bereiche, die vielleicht mit ihrem Tätigkeitsfeld in Berührung sind. Und es ist wesentlich, diesen weiten Blick zu haben. Das heißt, ein Mensch sollte ein Allrounder sein. Und wie wir das umsetzen bei uns in der Schule, da möchte ich euch ein bisschen einen Einblick geben. Ganz kurz. Da seht ihr jetzt Ausschnitte aus unserer Holzwerkstatt. Dann gehen wir weiter zu unserer Primarstufe, die montessorisch geführt wird. Hier, das ist kosmische Erziehung. Hier die Sekundarstufe mit der Schaubildarbeit, wo nachher der Richard noch darüber berichten wird. Bogenschießen. Das können auch die Mädchen, sie lieben es. Hier ist ein Junge, der sich seine Pfeile zum Bogenschießen selber baut. Wir bauen auch Häuser gemeinsam. Also die Kinder haben, das ist ein Stroh-Lehm-Haus, wird es dann sein. Da haben die Kinder selber den Plan gezeichnet, das bei der Gemeinde eingereicht und sich dann ans Werk gemacht. Viel ohne elektronische Hilfsmittel. Also wirklich mit der Säge, mit ihrer ganzen Muskelkraft. So haben die Kinder dann ausgeschaut. Das heißt, wir haben dann jeden Tag zum Mittag die Kinder wirklich runterwaschen müssen. Das Wasser war kalt, das war Heidenspaß. Und so sieht das Häuschen jetzt im Winter aus. Und es ist super und es ist auch bewohnbar. Es steht ein Holzofen drinnen und es ist eine ganz feine Qualität. So, es geht noch weiter. Unsere Kinder sind natürlich auch künstlerisch unterwegs. Hier einige Bilder. Dann geht es sportlicher weiter mit der Kampfkunst. Musik. Dann ein großes Thema, die Pferde. Gerade am Ausritt. Zeit für Gespräche und Miteinander darf auch nicht fehlen. Jetzt kommen wir mal zu den Bienen. Wir haben dieses Jahr begonnen ein Bienenprojekt zu machen und initiiert hat das ein Schüler von uns. Das nächste, jetzt kommen wir mal zum Geld. Wir haben dieses Jahr das Thema Geld durchgenommen und die Kinder haben dann begonnen, also wir wollten ihnen zeigen, wie das geht, Geld zu machen. Das heißt, wir haben Münzen designt und die auch dann gegossen und zwar Silbermünzen. Das haben die Schüler in Tiffany Technik mit einer Künstlerin gemacht. Da sieht man eine Schülerin, die selber einen Text schreibt zu einem Lied. Also unsere Schüler komponieren auch selber Lieder und texten die und transkribieren die. Medientechnik sieht man ja da auch. Also unsere Schüler werden begeistert. Die werden da gleich mitten dabei und ganz aufmerksam und würden da wahrscheinlich am liebsten gleich mit tun, wenn sie da eure Jungen sehen. Da seht ihr sie beim Drehen von unserem Backvideo für die Schule. Das ist ein Elektroauto, das war schon ziemlich ramponiert, das hat ein Schüler in seiner Abschlussarbeit dann wieder funktionstüchtig gemacht. Und dann ist das nächste Projekt gar nicht ausgeblieben. Und zwar hat ein Schüler gesagt, ich möchte jetzt ein E-Quad bauen, eigentlich aus der Not heraus, weil sie fürs Ausmisten, wisst ihr, da muss man den Pferdemist dann in die Scheibtruhe geben und das große Wege dann zurücklegen bis zum Misthaufen. Der hat gesagt, das wäre doch super, wenn wir ein Gefährt haben und die haben eben dann ein Gefährt erfunden, aus alten Quad-Teilen. Da ist es leider nicht ganz fertig und ich habe kein ganz fertiges Foto mitgebracht, aber man sieht, sie sind wirklich bei der Arbeit und setzen das auch um. Und genau in diesem Prozess des Lebens und Lernens entsteht das nachhaltige Wissen. Und es ist wichtig, dass es ein nachhaltiges Wissen ist. Es bringt nichts, irgendwas auszulernen und bei uns, die Schüler, die verweigern das auch und es ist auch ganz sinnvoll so. Und wir sagen, ein Mensch kann alles lernen, wenn er einen Sinn drin sieht und ein Ziel hat. Und, was jetzt wichtig ist, vieles kann er dabei aber auch aus sich heraus schöpfen. Durch das eigene Tun. Das sind Lebenserfahrungen, die einem nie mehr wieder genommen werden können. Und genau das braucht die Welt. Menschen mit echten Lebenserfahrungen. So, wie wird das jetzt umgesetzt? Unsere Weinbergschule hat einen alternativen Lehrplan, der vom Ministerium genehmigt ist. Das ist jetzt kein eigener Lehrplan, den dürfen wir noch schreiben, sondern es ist einer, den viele Alternativschulen in Österreich verwenden. Und wir haben von der ersten bis zur neunten Klasse Öffentlichkeitsrecht. Das heißt, wir sind öffentlichen Schulen gleichgestellt und dürfen auch selber Zeugnisse schreiben. Und zwar in Form einer verbalen Beurteilung. Das heißt, es gibt keine Noten bei uns. Das war jetzt alles noch gar kein Problem, solange wir klein waren. Und wo wir jetzt öffentlich bekannt gegeben haben, dass wir unsere Schule auf 100 Schüler erweitern wollen, da hat sich dann innerhalb kürzester Zeit, haben sich die Schulbehörden und die Politik dann gegen uns gewandt. Und das ganz massiv. Was wir jetzt draufgekommen sind, ist in den letzten Jahren des Lebens und Lernens miteinander, sage ich ganz bewusst, weil es lernen in so einer Schule, die für mich wie ein lebender Organismus ist, nicht nur die Kinder was, sondern immer auch die Erwachsenen und auch die Lehrer. Also keiner steht irgendwo und hat die Weisheit schon ganz in sich, sondern wir sind alle auf dem Weg und lernen immer weiter. Und wir haben gesehen, dass die Entwicklung von Tugenden etwas ganz, ganz Wesentliches ist. Beginnt jetzt ein Erwachsener sich Tugenden zu erwerben, dann kann er das über bewusste Herzensbildung machen. Kann aber ein Mensch schon als Kleinkind das entwickeln, dann entwickeln sich auch diese Werte in dem vorbildlichen Leben, das die Erwachsenen ja vorleben und das geht dann wie von selbst. Und ein Mensch will diese Tugenden, er fordert Tugenden, er will lernen und frei sein und der Menschheit dienen. Wir bezeichnen diese Tugenden als die sieben Phasen der Weinwerkpädagogik. Diese Phasen entspringen keinen wissenschaftlichen Büchern und es gibt da keine wissenschaftlichen Theorien, die wir da als Basis haben. Diese sieben Phasen entstammen dem Leben selbst und entspringen dem Heiligen Geist für uns. Das Durchlaufen dieser Phasen schafft den Raum, um den Menschen ein Erleben von echtem Wissen zu ermöglichen. Aber, ganz wichtig, um an dem Himmel des Ganzen teilhaben zu können, bedarf es auch der Bereitschaft, ein friedvoller Teil dieses Ganzen sein zu wollen. So, dann sind wir bei unserer ersten Phase, die heißt nämlich Reinlichkeit. Ihr seht ja eh einen Jungen, der macht gerade sein Bett ganz sauber und ordentlich. Das heißt, diese Phasen gehen ein bisschen in die Familien hinein, wo sie umgesetzt werden. Und da sehen wir eine Schülerin, die gerade bei uns in der Küche putzt. Das heißt, die Schüler sind verantwortlich, die Schulräumlichkeiten selber sauber zu halten. Also da gehört Klobutzen dazu, alles, ganze Materialabstauben in jedem Bereich. Das ist ganz wichtig, weil ihr wisst es selber, wenn ich mich an einen Stuhl setzen muss, wo alles klebt, ich fühle mich nicht wirklich wohl und jeder Mensch will sich wohlfühlen. Oder auch, wenn ich zu einem Vorstellungsgespräch gehe, dann werde ich schauen, dass ich mich sauber und ordentlich anziehe, dass ich ein ordentliches Aussehen habe, ich wähle saubere Kleidung, käme mich, schaue, dass meine Nägel gut sind und so gehe ich erst dann zum Vorstellungsgespräch. Gut, jetzt kommen wir zur nächsten Phase. Ich werde euch jetzt gleich etwas zeigen. Zwei Bilder. Und ihr versucht nicht nachzudenken, sondern ihr ordnet euch einem Typ zu. Okay? So, jetzt. Gut. Wer gehört zu Typ 1? Ihr dürft es jetzt aufzeigen. Typ 1 ist der Kühlschrank. Ja, okay. Wer gehört zu Typ 2? Okay. Gut. Nehmen wir jetzt einmal an, ich habe so einen unaufgeräumten Kühlschrank zu Hause, wo einfach schon hinten das Eis dran klebt und Speisereste sind und er ist wirklich nicht mehr ansehnlich. Und ich beginne jetzt das auszuräumen und sage, gut, heute ist der Tag, heute mache ich meinen Kühlschrank so richtig super. Ich räume es aus, wische es, putze alles wirklich mit Hingabe, ich bemühe mich, ich gebe Aufmerksamkeit dem Ganzen. Dann beginne ich das wieder alles einzuräumen, mache das natürlich in einer Ordnung, schaue, dass ich einen guten Überblick dann habe. Und dann bin ich endlich fertig. Dann nehme ich den Griff vom Kühlschrank in die Hand, mache den Kühlschrank zu. Was werde ich jetzt als nächster machen? Was meint ihr? Wir, genau. Ich mache ihn noch einmal auf und er freue mich an dem Ganzen und bin stolz auf mein Werk und sage, wow, das hast du gut gemacht. Ordnung ist bei uns was ganz was Wichtiges, weil wir sagen, die äußere Ordnung unterstützt beim Aufbau von der inneren Ordnung. Und eine innere Ordnung brauche ich zum Lernen. Ich brauche das, um mich zu sortieren, ich brauche später, um einen Haushalt zu führen, ich brauche es im Beruf, ich brauche Ordnung überall. Zum Beispiel merken wir, wenn Kinder im Unterricht unaufmerksam sind und wir haben ja Kinder, also wir leben ja am Hof in einer Gemeinschaft, das heißt, das sind Kinder an der Schule, wo man dann auch zum Beispiel aufs Zimmer gehen kann und schauen kann, wie schaut das Zimmer auf. Und es ist aus und wir haben immer gemerkt, dass wenn ein Kind im Unterricht unaufmerksam ist, das Zimmer unordentlich ist. Wenn wir dann gehen, mit dem Kind das Zimmer aufräumen und zurück zum Unterricht kommen, kein Problem mehr, die Kinder sind voll bei der Sache, bringen sich ein. Also Ordnung hat eine Auswirkung auf mich und mein Sein und das den ganzen Tag über, obwohl ich ja eigentlich nur am Morgen im Zimmer gewesen bin. Gehen wir zur nächsten Phase, das ist der Gehorsam. Gehorsam ist so ein schlimmes Wort für die Deutschsprachigen und Österreicher und so. Und wir benutzen es bewusst, weil das für uns ausdrückt sich führen lassen im positiven Sinn. In Gehorsam steht drinnen Geh und Höre. Und ich habe da ein Bild oben gewählt und zwar sieht man da ein Mädchen, wo ein Pferd nachgeht und das Pferd geht dem Mädchen nach ohne Zügel, ohne Führung. Das Mädchen geht und das Pferd folgt. Und ihr wisst vielleicht, dass Pferde Fluchttiere sind und nicht so einfach Vertrauen aufbauen. Das heißt, der Betreuer muss wirklich verlässlich sein, er muss Zeit investieren, damit eine Vertrauensbasis sie aufbauen kann. Und genauso ist es bei den Kindern mit Erwachsenen. Kinder brauchen authentische Vorbilder, die verlässlich sind als Bezugsperson und dann gehen die Kinder wie von alleine nach. So einfach geht es nämlich. Und dann gibt es da noch einen zweiten Bezugspunkt. Schritt zwei ist für uns die Schulung des eigenen Gewissens. Und mit Gewissen meint man vielleicht immer, ja, das ist halt mein Gefühl. Ich für mich unterscheide zwischen Gefühl und Gewissen. Gewissen ist so wie eine leise Stimme, die in mir spricht und die mir sagt, du, das passt jetzt doch nicht. Oder ja, geht ja noch, das ist einfach stimmig. Für mich trete ich im Gewissen auch in Zwiesprache mit Gott und wir lernen den Kindern auf ihr Gewissen zu hören und danach zu handeln. Das heißt, dass sie Gott folgen. Die vierte Phase, Arbeiten und Fleiß. Da habe ich euch als Beispiel mitgebracht. Unten sieht man Jugendliche, die einen Steg bauen. Das haben sie selber sich ausgedacht. Sie wollen in unserem Teich immer einen Steg haben, damit man halt da besser das genießen kann und auch da vom Steg springen kann. Es ist ein Schwimmteich und oben seht ihr dann den fertigen Teich. Das wurde in zwei Tagen Arbeit gemacht. Da haben dann alle zusammen geholfen und seit zwei, drei Jahren erfreuen wir uns jetzt jedes Mal, wenn wir hingehen. In dieser Phase Arbeit und Fleiß erfahren gerade Jugendliche oder eigentlich alle Kinder Bestärkung durch das Tun. Das heißt, ich erfahre als Jugendlicher, als Kind, ich bin jemand, ich kann etwas, meine Arbeit wird wertgeschätzt, weil jeder geht hin und sagt, es ist so klasse da unten. Und steigert natürlich das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Gut, jetzt kommen wir zu den Phasen, die jetzt schon ein bisschen gefährlicher werden, warum wir auch nicht so gern gesehen werden von Schulbehörden und so. Und zwar der soziale Umgang vom Ich zum Du zum Wir. Ihr wisst alle, unsere Gesellschaft versucht, die Menschen immer mehr zu vereinzeln. Und bei uns wird gemeinschaftliches Denken ganz besonders gefördert. Oben seht ihr noch einmal links unsere Jugendlichen in Indien, wo sie mithelfen, unser Schulkonzept dort zu integrieren. Das ist der Children's Day, wo die Kinder gewisse Aktivitäten machen und wo unsere Schüler sich auch einbringen. Dann daneben seht ihr, wird gemeinschaftlich in unserem Holzbackofen Pizza für alle gebacken. Und unten seht ihr noch nur einen Auszug. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind gerade dabei, einen Medienwagen zu bauen. Einen Zirkuswagen, weil wir eben keinen Platz mehr haben bei uns und uns die Behörden eben den Ausbau auch verweigern. Jetzt haben wir diese Idee gehabt, wir bauen einen Zirkuswagen und da kommt dann unsere Medienwerkstatt hinein. Jetzt kommen wir zur Herzöffnung. Die Herzöffnung sehen wir ungefähr im Alter von 13. bis 14. Lebensjahr. Und zwar, die Jugendlichen richten sie aus, sie wollen Tugenden erwerben. Sie sind sogar höchst interessiert daran, Tugenden zu erwerben. Sie wollen Visionen für ihr Leben entwickeln, sie stellen Fragen, finden Antworten. Sie wollen wissen, wo liegt jetzt mein Talent? Wie kann ich der Schöpfung dienlich sein? Und da gilt es auch, die unentdeckten Talente auszugraben und wertzuschätzen. Und da steht eben der Spruch dann drunter, wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt treffen, liegt deine Berufung. Und das ist mein Herzenswunsch, dass Kinder, die bei uns an der Schule sind, dass sie das finden können. Dann die siebte Phase, das Wissen. Kommt relativ spät, finde ich es nicht auch, aber es ist auch wirklich bewusst so gemacht. Wissen ist das Erfassen von intellektuellen und geistigen Inhalten. Und jetzt möchte ich zu allen Phasen noch was sagen, weil diese Phasen werden sehr wohl parallel entwickelt. Und es ist aber so, beginnt ein Kind damit zuerst bei Phase 7, also beim Wissen, und geht dann weiter bis zur Ordnung Phase 1. Dann ist es so, als würde das Zellgedächtnis in verkehrter Reihenfolge geöffnet und gespeichert werden. Und das Ergebnis kann einfach sein, also das kann man sich vorstellen wie eine auf dem Kopf stehende Pyramide oder auch vielleicht so wie ein zerstreuter Professor. Möglicherweise ist er ein unglücklicher Mensch oder ein Mensch ohne Sinn und Orientierung im Leben. Und diese Situation findet man ja bei vielen Schülern in der heutigen Zeit auch vor. Und deshalb brauchen wir eine möglichst stressfreie Umgebung, um unser ganzes Seelenpotenzial entfalten zu können. Und dies gelingt, wenn wir über persönliche Ziele und Karrierewünsche hinaus uns Gedanken machen, wie wir dieser wunderbaren Schöpfung nützlich sein können und dürfen. Das ist der Handy weitergegeben. Wie ihr gehört habt, ist das Wissen an siebter Stelle von unserer Schule, also an letzter Stelle, genau. In unserer Schule, in der Weinbergschule, erlernen wir das Wissen mit einer neuen Technik, die Technik aus der Steninschule. Sie heißt jetzt Weib-Schaubild-Technik. Warum, werde ich jetzt noch genauer erklären. Ich werde auch erzählen, wie diese Technik entstanden ist und was diese Technik eigentlich überhaupt ist. Diese Technik, oder mit Weibs, arbeiten unsere Schüler in der Sekundarstufe, das heißt vom Alter von 10, je nachdem, wann sie in die Sekundarstufe kommen. Und jetzt erzähle ich euch, wie diese Technik entstanden ist. Mit 14 Jahren hatte ich den Mut, als Kind in die Schöteninschule zu gehen. Die Schöteninschule ist eine Experimentarschule, ein Internat in Russland. Und ich weiß nicht, was ihr unter dem Begriff Experimentarschule so versteht. Ich will es euch ein bisschen erklären. Eine Experimentarschule, da kommt man als Schüler hin und erlebt einen Unterricht. Einen Monat lang mit gewissen Pädagogen, mit einer gewissen Technik und verschiedenen Tagesabläufen. Also in einem Monat einen gewissen Unterricht insgesamt. Und dann macht es plötzlich schwupps und dann ist es im nächsten Monat komplett anders. Neue Pädagogik, neue Lehrer, komplett neue Unterrichtsformen. Und im nächsten Monat wieder neu. Und im nächsten Monat wieder neu. Und es entwickelt sich immer so weiter und weiter und weiter und weiter. Genau. Und das habe ich erlebt bis zum Alter von, ja bis ich eben hierher kam, ich weiß nicht mehr genau, mit 17 oder so. Genau. Und ich war sehr erstaunt über die Sachen, die sie dort gemacht haben. Das waren zum Teil so großartige Dinge, wie die Schüler dort gelernt haben. Und ich habe mich gefragt, warum diese Techniken, warum diese pädagogischen Ansätze nicht in jeder Schule angewandt werden. Das ist auch der Grund, warum ich in den deutschsprachigen Raum kam. Weil es war mir leid zu sehen, dass ich als Schüler dieses Lernkonzept erleben durfte und Freude haben durfte am Lernen und alle anderen Schüler nicht. Das ist der Grund, warum ich jetzt im deutschsprachigen Raum unterwegs bin. Und so traf ich eben die Weinbergschule. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die Weinbergschule das erste Mal sah, als ich das erste Mal dort war, ich war sehr berührt. Sehr berührt von den Menschen, die dort leben. Von ihrem Zusammenhalt und von ihrem Miteinander. Dieser starke Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Und ich habe gewusst, wenn solch ein Wissen, solch eine Technik, wie Ivo Sassik schon erwähnt hat, wo Wissen in kurzer Zeit, innerhalb von ein, zwei Jahren bis zur Matura hin erlernt werden kann, in die Welt kommt, dann in solch einer Gemeinschaft, in der Weinbergschule. Diese Erfahrungen habe ich dann eingebracht und wir haben sie drei Jahre lang weiterentwickelt. Und so ist dann das entstanden, was ich euch jetzt zeigen werde. Damit es nicht verwechselt wird mit anderen Schulen und mit anderen Alternativschulen, diese Technik, heißt es jetzt Vibe. Was heißt Vibe? Visually building education. Das Aufbauen von Wissen mit Bildern. Das ist jetzt das Ergebnis dann von der ganzen Erfahrung. Wie ist ein Vibe aufgebaut? Ein Vibe ist nichts anderes als ein System, in dem das Wissen sich gegenseitig aufbaut, in dem das Wissen verbunden ist und in dem das vorherige Thema das nächste Thema erklärt. Und wenn System und Emotionen und Lebensinhalte Hand und Fuß haben, dann entsteht ein brutaler Lernerfolg. Ich möchte es euch anhand eines Beispiels demonstrieren. Ich werde euch jetzt einen Satz aufsagen, den müsst ihr euch auf Anhieb merken. Ich bitte euch, wenn ihr das schon kennt, dann wartet es ein bisschen ab. Also folgender Satz, den müsst ihr euch jetzt merken. Ein Zweibein sitzt auf einem Dreibein und ist ein Einbein. Kommt ein Vierbein, schnappt sich das Einbein, nimmt das Zweibein, das Dreibein und schlägt das Vierbein. Das ist ein System. Es ist eine Abfolge von Informationen, die einen gewissen Grund hat. Das System alleine, das faktuelle Wissen bringt den Menschen wenig in der Lernphase. Also Fakten bringen in dem Fall nichts. Ich werde euch jetzt einen zweiten Satz sagen. Und ihr werdet den ersten Satz, ohne dass ich euch ihn wiederhole, direkt auswendig können. Dieser erste Satz hatte nichts anderes gebedeutet als ein Mensch sitzt auf einem Stuhl. Er hat jetzt drei Beine da hinten. Ja, auf dem Dreibeinstuhl. Genau. Und ist eine Hühnchenkeule. Eine Hühnchenkeule ist ein Fuß vom Hund. Kommt ein Hund, Vierbeiner, schnappt sich die Hühnchenkeule, nimmt der Mensch den Stuhl und er schlägt den Hund. So, wer hat es sich jetzt gemerkt? Was ruft dieser Satz in euch aus? Emotionen. Und wenn System und Emotionen ineinander greifen, passiert genau das, warum die Stuhl und Stuhl so erfolgreich geworden ist. Und was noch wichtig ist, wir arbeiten mit Systemen. Wir arbeiten nicht mit Fakten. Was ist der große Unterschied? Wenn ich mit Fakten lerne, dann beantworte ich die Frage, was? Dann sage ich, das. Und wenn ich die nächste Frage stelle mit, was? Dann sage ich, das. Die beiden Sachen haben miteinander nichts zu tun. Wenn ich aber frage, warum? Zum Beispiel, war es ein Blatt im Teich? War es ein Blatt? Wo? Im Teich. Zwei Fakten. Was ist mit den Fischen? Was ist mit den Bäumen? Was ist mit der Sonne? Wo bleibt der Rest? Wie kann ich das begreifen als Kind? Und genau das ist ja das, was wir in der Weinbergschule tun. Wir versuchen in Systemen zu lernen. Wir versuchen nicht mit Fakten zu trennen. Die ganze Zeit trennen, trennen, trennen. Das wird sich ja im Unterbewusstsein dann im Leben ja auswirken. Woher kommen die ganzen Trennungen in der Familie? Woher kommen die ganzen Kriege? Im Unterbewusstsein lernen wir ja die ganze Zeit zu trennen mit Fakten. Das, das, das. Und es hat miteinander nichts zu tun. Es geht darum, zu verbinden. Warum? Weil und deshalb. Und ein Konstrukt zu schaffen. Und wenn wir lernen, in der Schule zu verbinden, unterbewusst Strukturen zu schaffen, dann werden wir auch versuchen, im Leben praktisch das umzusetzen. Und Familien und in der Umgebung und in der Gesellschaft Strukturen zu schaffen. Ich möchte direkt in die Praxis gehen. Ich möchte euch ein Schaubild zeigen. Und euch heute einen Einblick in einen gewissen Schaubildunterricht geben. Also das ist jetzt das Thema Muskel. Was könnt ihr erkennen? Es ist nicht so wie in der Schulbuch. Lauter Text. Da sind Bilder. Es ist ansprechend. Es ist von Kindern selbst erstellt worden. Und es hat alles einen Sinn. Ihr werdet jetzt gleich merken, dass es ein System hat. Und zwar fangen wir mal gleich an. Da steht oben so die drei ganz groß. Warum? Weil es gibt drei verschiedene Arten von Muskeln. Was hilft uns diese drei? Wenn wir fragen, wie viele Muskeln haben wir? Dann müssen wir nur diese drei mal zwei nehmen. Drei mal drei sind? Sechs. Und dreimal drei sind? Wir haben 639 Muskeln in unserem ganzen Körper. Gut. Es gibt drei verschiedene Muskelarten. Es gibt glatte, quergestreifte und gemischte. Was sind glatte Muskeln? Glatte Muskeln sind die, die wir nicht willentlich steuern können. Springt mal mit eurem Magen kurz auf. Macht mal mit eurem Darm eine Welle. Geht nicht. Ist ein klitzekleines Problem, gell? Es sind Muskeln, die sind glatt. Genau. Die können wir nicht willentlich steuern. Dann gibt es die quergestreiften Muskeln. Die können wir willentlich steuern. Zum Beispiel, ihr könnt zwinkern. Wann immer ihr wollt. Ich möchte jetzt zwinkern, nochmal zwinkern. Oder ihr könnt den Arm bewegen. Gut. Jetzt gibt es noch eine gemischte Muskulatur. Das Herz. Das ist auch nicht willentlich steuerbar. Oder schlagt mal mit eurem Herz diesen Rhythmus. Geht nicht. Genau. Was ist jetzt der Unterschied zwischen glatt und quergestreift? Ganz einfach. Glatte machen eine peristaltische Bewegung. So eine. Also weil sie schluckt mal, dann merkt ihr, dass die Spucke nach unten geht, nicht nach oben. So. Und deshalb sind sie glatt, weil sie so unregelmäßig angeordnet sind. Und quergestreift. Warum sind sie quergestreift? Weil sie nur in eine Richtung sich bewegen. Wenn wir unsere Arm bewegen, tun wir nicht unseren Muskeln wackeln lassen, sondern wir ziehen ihn wirklich ganz klein. In eine Richtung der Muskel an. Genau. Das ist der große Unterschied. Und jetzt kommt der Muskelaufbau, wie es bei uns aufgebaut ist. Die Skelettmuskulatur. Wenn wir uns nach Essen sehnen, was tun wir gerade? Hat keiner eine Idee? Fasten tun wir. Wenn ich mich nach Essen sehne, faste ich. Und ein Muskel ist mit einer Sehne am Knochen verbunden und liegt in einer Faszie drin. Das ist ein Sack, was den Muskel ummantelt. Da steckt der Muskel drin. Gut. Und aus was besteht der Muskel? Es ist ein Bündel. Entschuldige, jetzt habe ich dazu keine Eselsbrücke. Ich bräuchte dafür bestimmte Sachen. Diese Bündel sind aus verschiedenen Fasern. Und in diesen Fasern sind Stränge. Und in diesen Strängen ist das, was alle Muskeln gemeinsam haben. Stehst du mal kurz auf? So. Was haben wir gemeinsam? Na, wir haben viele Brillen. Fibrillen haben Muskeln gemeinsam. Myofibrillen. Das ist dieses Eiweiß hier, das sich in Muskelzellen befindet. Und das befindet sich ausschließlich in Muskelzellen, weil sie sich bewegen können. Das macht die Bewegung aus. So. Und jetzt möchte ich euch mal erklären, wie so eine Fibrille aufgebaut ist. Da gibt es das Aktin und das Myosin. Jetzt ratet mal. Was ist das Aktive vom Muskel? Das Aktin oder das Myosin? Denkt ganz genau nach. Ist es das Aktin, das Aktive vom Muskel oder das Myosin? Wer glaubt, es ist das Aktin, der meldet sich. Wer glaubt, es ist das Myosin, der meldet sich auch. So. Ich sag euch, es ist das Myosin. Habe ich euch jetzt reingelegt. Warum? Weil die Wissenschaftler damals noch nicht so fortgeschritten waren in der Mikroskopie und konnten nur das Äußere von diesem Eiweiß sehen und haben das Aktin genannt, weil es sich aktiv bewegt. Dann wurden sie fortschrittlicher in der Mikroskopie und haben gesehen, dass da drinnen Füßchen sind, die dieses Aktin, was so eine Schale bildet, zusammenziehen lässt. So. Und wie findet es statt, dieses Zusammenziehen? Wenn Calcium kommt, dann zieht es zusammen. Wenn Magnesium kommt, dann lässt es los. So. Wenn wir jetzt im Bett liegen und wir bewegen uns gar nicht, können wir einen Krampf kriegen? Okay. Wenn wir jetzt ganz schnell laufen, so schnell wir können, können wir einen Krampf kriegen. Eindeutig ja. Oder nicht ganz eindeutig. In beiden Situationen können wir einen Krampf kriegen. Weil es gibt einen Moment, wo wir im Bett liegen und wir können nicht aufstehen. Das ist ein Krampf. Das ist dann Calciummangel. Und wenn wir laufen, ganz schnell und Sport machen und wir können unseren Muskeln nicht mehr lockern und einen Krampf haben, dann haben wir Magnesiummangel. Also was muss man tun, wenn man einen Krampf hat? Sport? Natürlich auch. Aber auch schauen, dass man einen guten Mineralhaushalt in seinem Körper hat. Magnesium und Calcium braucht man. Genau. Und jetzt kommen wir noch kurz zu dem Kater da, dem Muskelkater. Den seht ihr hier hoffentlich. Was brauche ich, wenn ich einen Muskelkater habe? Wenn ich einen Kater habe, was tut man mit dem Kater? Man streicht ihn, streichelt ihn, man wärmt ihn, massiert ihn, das mag den Kater. Und das mag der Muskelkater genauso. Jetzt noch zwei Sachen. Es gibt verschiedene Muskelarten. Es gibt rote und weiße Muskeln. Rote sind wie eine rote Kerze. Die brennen lange, aber ganz leicht. Und es gibt weiße Muskeln, wie Dynamit zum Beispiel. Das macht man einmal Puff und dann ist es vorbei. Wenn ihr eure Augen blinzelt, dann sind es die weißen Muskeln, die die Augen zulassen und aufmachen. Genau. Die müssen schnell oxidieren. Ganz schnell müssen sie zugehen. Wenn ein Staubkorn auf euer Auge zufliegt, müssen die sofort zugehen können. Deshalb sind sie weiß. Und können nur kurz reagieren. Wenn man ganz schnell blinzelt, die ganze Zeit wird man irgendwann mal erschöpft. Ganz schnell. Frösche zum Beispiel, Katzen zum Beispiel. Ein Gepard kann 30, eine Minute lang oder nicht lange rennen. Und dann muss er eine ganze halbe Stunde lang erstmal aufschnaufen, um sich überhaupt wieder bewegen zu können. Genau. Rote Muskeln sind zum Beispiel unser Rückenmuskel. Das wird auch bei den Kühen gerne gegessen, weil es so rot ist und so durchblutet. Das ist das, was uns die ganze Zeit aufrecht erhält. Den ganzen Tag. Deshalb sind es rote Muskeln. Genau. Und jetzt noch kurz zu den Inhalten. Wenn wir geboren werden, haben wir eine gewisse Anzahl an Muskelzellen. Und wenn wir Sport machen, ändert sich die Anzahl der Muskelzellen nicht. Wir haben immer die gleiche Anzahl an Muskelzellen seit der Geburt. Was hat das zu bedeuten? Wenn wir Sport machen, werden es entweder mehr von diesen Dingern da, die Miofibrillen, Fibrillen wohlgemerkt. Genau. Und das ist nur bei Kraftsport. Also bei Kraftsport viele Fibrillen und der Muskel wird größer. Genau. Und bei Ausdauersport ändert sich die Anzahl der Mitochondrien. Wenn jemand das noch weiß, zufällig, was Mitochondrien sind, das sind die Zellkraftwerke. Das heißt, je mehr Ausdauersport ich mache, desto mehr Mitochondrien sind im Muskel. Genau. So ungefähr könnt ihr euch eine Weitergabe unter den Kindern vorstellen, wie die Kinder lernen. System, Emotionen und Lebensinhalte haben Hand und Fuß. Und jetzt möchte ich das noch anhand eines Beispiels aus der Mathematik machen, weil es ist immer so da im Raum, wie geht es mit Mathematik, weil Mathematik ist so ein heißes Thema. Brüche. Ich werde es ganz kurz machen. Ihr werdet merken, dass es funktioniert genauso gut. Hier zum Beispiel steht 7 geteilt durch 3. Wenn ich das Ergebnis von 7 geteilt durch 3 habe, kriege ich 2,3 Periode. Jetzt rechnet mal schriftlich 2,3 Periode mit 2,4 Periode zusammen. Gibt es ein Problem. Also rechne ich es einfach nicht aus und schreibe es als Bruch hin. 7 Drittel. Gut. Oben ist der Zähler, unten ist der Nenner. Wie kann ich mir das merken? Zähler, Nenner. Wenn man den Kindern das so erklärt, begreifen sie sofort, was ein Bruch ist. Dann braucht man nicht eine Torte zu nehmen und auseinander zu schneiden. Das kann man nachher auch noch machen. Bis dahin haben sie es gut verstanden. Es ist eine unausgerechnete Geteiltrechnung. Dann kann man noch erklären, so, was kannst du jetzt damit machen? Es geht hier um Brüche addieren und subtrahieren. Damit ich einen Bruch addieren und subtrahieren kann, muss ich erstmal wissen, was erweitern und kürzen ist. Erweitern heißt, den Zähler mit einer gewissen Zahl mal nehmen und den Nenner mit der gleichen gewissen Zahl mal nehmen. Zum Beispiel sieben Drittel mit zehn mal nehmen sind siebzig Drittel, äh dreißigstel. Genau. Und das gleiche kann ich auch umgekehrt machen. Ich kann kürzen. Siebzig Dreißigstel kann ich oben und unten mit zehn kürzen. Dann sind sieben Drittel. Genau. Wenn die Kinder das so sehen, verstehen sie es wieder sofort, weil es ist ein System, es ist zusammen. Und wenn ich jetzt addieren und subtrahieren möchte, muss ich, habe ich jetzt zum Beispiel zwei Brüche, drei Viertel und ein Halb. Und ich brauche jetzt einen gleichen gemeinsamen Nenner, den ich mit Hilfe von Kürzen und Erweitern finden kann, damit ich die Zähler addieren kann oder subtrahieren, je nachdem, was man machen möchte. Und da gibt es zwei Techniken, um den gleichen Nenner zu finden. Die Tippi-Technik und die erweiterte, komplizierte Tippi-Technik. Die Tippi-Technik ist ganz einfach. Ich schreibe die Brüche nebeneinander hin, wie da drüben, und mal ein Tippi, ich glaube, ihr seht es da, hin und multipliziere einfach da, wo die Linien hinzeigen. Dann kriege ich automatisch hier zum Beispiel den gleichen Nenner und darf sechs und vier die Zähler addieren. Ende. Die Kinder verstehen das so rasend schnell, wenn sie es einfach im Überblick, im Gesamten mal gesehen haben, im Zusammenhang. Beim Subtrahieren ist es ähnlich, also, oder gleich. Es gibt halt noch den gleichen gemeinsamen Nenner, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Genau, da kann ich die unterste Zahl, zum Beispiel die vier, aufdröseln in zwei mal zwei und die zwei aufdröseln in zwei mal eins. Dann streiche ich das, was gleich ist, weg und verwende wieder die Tippi-Technik. Ende. Und wenn es geht, bitte kürzen. So, das Ergebnis unten, dass man den kleinsten Bruch hat. So funktioniert dann Mathematik und die Kinder verstehen das auf Anhieb. Seit wir angegriffen werden von außen, von den Behörden, kam auch die Inspektion bei uns vorbei und hat folgende Aussage getroffen, dass diese Methode oberflächlich und wirkungslos ist. Und leider habe ich keine Videoaufnahmen von der letzten Inspektion, aber so wie die Inspekteure letztens bei uns die Schule inspiziert haben, das ging gegen alle Menschenrechte. Sie haben unsere Schule wortwörtlich durchsucht, sie haben Kinder erniedrigende Fragen gestellt und in ihren privaten Sachen reingeschaut und mich haben sie, obwohl sie diese Aussage getroffen haben über die Schaubilder oder Weibschaubilder, nicht mal gefragt, wie so etwas funktioniert. Das ist jetzt nur der Wissensbereich. Mir geht es auch darum, dass die Kinder eine Übersicht von den gesamten Wissensflächern bekommen. Mir ist es ein ganz wesentliches Anliegen zu wissen, wo ein Kind gerade steht. Das heißt, wenn er jetzt etwas lernt, dann möchte er wissen, was er schon gelernt hat, wo er gerade steht und was er als nächstes lernen wird. Ich möchte euch das jetzt anhand der Fächer mal nur zeigen und ihr werdet sehen, dass das alles einen Sinn und einen Grund hat, warum das so ist. Mathematik steht ganz oben. Warum steht Mathematik ganz oben? Wisst ihr überhaupt? Also jeder von euch ging ja in die Schule und hat Mathematik gelernt. Oder? Gut. Dann bin ich nicht allein. Wisst ihr überhaupt, was Mathematik bedeutet? Außer die, die meine Videos schon gesehen haben, bitte nicht rausposaunen. Was bedeutet Mathematik? Es ist was Griechisches und es bedeutet die Kunst des Lernens. Das hat keiner gewusst, obwohl ihr Mathematik ja ziemlich lange gelernt habt, zwölf Jahre lang. Mathematik ist die Kunst des Lernens und das haben die Griechen nicht umsonst so genannt. Die Mathematik ist im Wort wirklich die Kunst, wie man lernt. In der Mathematik wird alles andere beschrieben. Die Mathematik kannst du nicht fälschen, nicht täuschen. Sie ist und wenn man die Mathematik verstanden hat, weil in der Mathematik rechnet man im wahrsten Sinne des Wortes mit nichts. Was ist eine 2? Was ist eine 3? Hinter was steht eine 2? Man rechnet mit nichts und versucht Verbindungen zu schaffen mit nichts. Man versucht Verknüpfungen zu schaffen mit nichts, damit man versteht überhaupt, wie Prozesse, Verbindungen zustande kommen, damit Lücken, die fehlen, geschlossen werden. Wir denken so. Unser Hirn funktioniert so. Es hat ein Gitter, ein Netz und wenn was fehlt, ergänzt er es unser Hirn. Und so funktioniert auch Mathematik. Und wenn wir das können, ist es eine gute Voraussetzung für Physik, weil ohne Mathematik verstehe ich Physik überhaupt nicht. Physik geht auf das kleinste Zählbare ein, auf das Atom. Wenn ich das kleinste Zählbare verbinde, dann komme ich in die Chemie, also zu den Molekülen. Und dann gibt es irgendwann mal organische Moleküle oder biochemische Moleküle. Das könnt ihr ganz einfach sehen. Ihr nehmt einfach irgendeine Verpackung von irgendeinem Produkt, was ihr gerne isst, schaut euch die Rückseite an, da stehen die ganzen biochemischen Moleküle drauf, woraus Leben besteht. Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und so weiter und so fort. Und wenn ich die Biochemie verstanden habe, dann verstehe ich auch die Biologie. Und in der Biologie lernt man von der kleinsten lebendigen Einheit der Zelle. Diese Zelle verbinden sich wieder. Also es geht hier um Verbinden, wohl bemerkt. Bilden ein Organ. Die Organe verbinden sich und bilden ein Organismus. Die Organismen verbinden sich und bilden eine Ökologie oder eine Biogeozenose, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und da kommt schon das nächste Wort, Geo, Geografie. nach Biologie. Und wenn ich die Geografie verstanden habe und dort eine Zeitschleife durchziehe, weil die Schweiz war nicht immer so, wie sie jetzt ist und Deutschland ebenfalls nicht, das wisst ihr wahrscheinlich. Genau. Da kommt dann die Geschichte. Und wenn ich das in diesem Ablauf lerne, erklärt eines das andere und es fällt einem Kind leicht zu lernen. Hier ist zum Beispiel eine Übersicht der Biologie. Es ist keine aktuelle Übersicht. Ich habe jetzt eine älterer genommen, weil die mir in die Hände gefallen ist. Und da sieht man, was man in der Biologie alles insgesamt lernt. Und das Schöne ist, in dieser Übersicht, also das ist das, was ich euch erklärt habe, Biochemie bilden die Mikrobiologie, das heißt die Zellen und die kleinsten Sachen. Die Zellen bilden dann Pilze, die Pflanzen, die Tiere, mehr Organismen kennt man in der Biologie momentan noch nicht. die Tiere werden aufgeteilt in Evolution, Nomenklatur und Anatomie und das alles zusammen bildet die Ökologie. Die Genetik steht auf der falschen Stelle jetzt in dem Fall. Warum die auf der falschen Stelle steht, das werde ich euch gleich erklären. So, das Schöne bei der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Nomenklatur durchgenommen habe, wir haben jetzt gerade die Nomenklatur gelernt zum Beispiel jetzt letzte Woche oder diesen gestern, dann weiß ich, was als nächstes kommt. Ein Schüler kann sich daran orientieren und kann so die Biologie erlernen. Und es weiß immer, wo es steht. Es irrt nicht, wie sonst irgendwo umher, man kommt hin und weiß nicht, was als nächstes auf einen zukommt, sondern man weiß, was als nächstes auf einen zukommt. Wir lernen in der Weinbergschule auch die ganzen Fächer in Epochen. Das heißt, wir lernen einfach von Anfang bis zum Ende und dann machen wir mit dem nächsten Fach weiter in dieser Reihenfolge. Wenn möglich, es ist keine strikte Regel, es ist immer frei, man orientiert sich natürlich nach der Situation und nach der Gegebenheit. Und so geht man alle Fächer durch und wiederholt den ganzen Zyklus. Und so macht man es die ganze Zeit, bis ein Kind sich im Leben ein Ziel gesetzt hat oder bis es sagt, so, jetzt weiß ich, was ich damit anfangen kann. Das heißt, ein Kind lernt nicht nur einmal einfach, sondern es wiederholt es immer und immer wieder. Weil wir lernen sowieso schnell genug, jetzt wird es immer schneller mit der Zeit, natürlich am Anfang war es nicht so, aber schnell genug, dass wir das wieder und wieder machen können, dass wir das nochmal und nochmal von verschiedenen Seiten betrachten können. Genau, wir lernen in Gruppen und Alters gemischt. Die Kinder bringen den Kindern gegenseitig sich das Wissen bei. Es funktioniert so, eine Kindergruppe kriegt eine Annahme vom Wissen, zum Beispiel jetzt Biologie, und dann, wenn sie die ganze Biologie bekommen hat, überarbeiten sie das Ganze. Das heißt, sie schauen sich das nochmal an. Prüfen zum Beispiel, ob das stimmt mit der Klimaerwärmung. Prüfen das Ganze, ob das überhaupt seinen Standpunkt überhaupt hat, so wie es jetzt unterrichtet worden ist. Versuchen das zu belegen, widerlegen. Sie hinterfragen das nochmal. Somit werden die Wissensinhalte nicht immer wieder gleich von den 1970er Jahren weitergegeben, die schon tausendmal wiederholt worden sind, sondern es wird immer aktualisiert und immer verbessert. Und dann, wenn sie das gemacht haben, geben sie das Wissen weiter. Warum ist das so wichtig? Wir werden in der Schule darauf geschult, zu nehmen. Immer wieder das Gleiche. Nehmen, 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 nehmen. Irgendwann geht es doch bis ins Mark. Irgendwann gewöhnen wir uns, das anzunehmen und nichts zu geben. Das ist eine parasitäre Art und Weise, weil ein Parasit am Baum, das nimmt nur und gibt nichts zurück. Uns geht es um die Symbiose, das Nehmen, Wertschätzen und Weitergeben. Und so funktioniert die Schaubildarbeit, so funktioniert das Lernen. Das heißt, es ist kein Auswendiglernen, sondern Nehmen, Wertschätzen. Da passieren so viele Sachen und Weitergeben. Bei der Weitergabe, die Kinder müssen ja das wissen, was sie gelernt haben, damit sie es überhaupt weitergeben können. Das heißt, ich brauche nicht prüfen, ich brauche keine Tests schreiben, ich brauche ihnen nur die Aufgabe geben, weiterzugeben. Und die werden dann schon selbst drauf kommen, ob sie es wissen oder nicht. Und das Spannende ist, es werden Fragen gestellt von Kindern, also wenn jetzt eine Kindergruppe oder andere Kindergruppe etwas weitergibt, die sie selbst sich noch nie gestellt haben bei der Wertschätzung oder bei der Überarbeitung. Das heißt, es entstehen Fragen, wo sie vielleicht zum Beispiel in dem Moment keine Antwort haben. dann schauen sie nach und prüfen das oder sie beantworten diese Frage und merken, dass sie es so gut begriffen haben, dass sogar sie Zusammenhänge erkennen können, obwohl sie das nicht gelernt haben. Und dabei ist noch ein positiver Nebeneffekt bei dieser ganzen Sache, dass die Kinder zu reden lernen, zu dem zu stehen, was sie tun. Ich habe es ein bisschen anders betrachtet, einerseits kann man Wissen schnell vermitteln, aber es geht mir wirklich, dass ein vielfältiger und ein ganzheitlicher Mensch aus einem entsteht, dessen Ziel nicht nur allein das Wissen im Leben ist. Und deshalb haben wir in der Weinbergschule uns das zur Aufgabe gemacht, einerseits das Wissen klar strukturiert, in Verbundenheit und verständlich weiterzugeben, aber andererseits geht es nicht uns darum, Kinder in ein bis zwei Monaten oder ein bis zwei Jahren durch die Schule durchzuschicken, sondern uns geht es darum, dass wir in dieser Zeit, die uns momentan gegeben wird, auch für Schulen, also von 1. bis 12. oder 1. bis 9. Klasse einen ganzheitlichen, selbstdenkenden und hinterfragenden Menschen zu machen. Applaus 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 Das, was ihr jetzt gehört habt, ist eben nicht nur ein Konzept oder Theorie, sondern das funktioniert und wird in der Weinbergschule mit ganz, ganz guten Erfolgen auch umgesetzt. Und wir haben natürlich im deutschsprachigen Raum auch sehr großes Interesse an dieser Lehrmethode und wir erhalten sogar Anfragen aus der ganzen Welt, solche Art von Schulen vor Ort aufzubauen. Applaus 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 Wir haben ja heute in vielen Vorträgen schon gehört, dass den Menschen der heutigen Zeit vieles plagt und um die Probleme beziehungsweise Herausforderungen der heutigen Zeit bewältigen zu können, brauchen wir Menschen mit einem neuen Denken. Es braucht Menschen, die eine neue Art der Herangehensweise an Lösungen haben. Es braucht Menschen, die bereit sind, nach ihrem Gewissen zu handeln und sich in den Dienst der Schöpfung zu stellen. Und vor allem braucht es Menschen, die den Mut haben, sich solchen Aufgaben zu stellen. Applaus 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 Und dabei ist jeder Einzelne gefragt, Verantwortung zu übernehmen. Jeder Einzelne. Und eins ist sicher, ein neues Denken und eine neue Bildung funktionieren nur, wenn viele und besser noch, wir alle gemeinsam damit beginnen. Applaus Applaus Wie ihr euch vorstellen könnt, kann so eine Vision von einer neuen Bildung nicht allein umgesetzt werden. Es braucht Menschen, die unterstützen und so auch den Rückhalt geben. Und diesen Rückhalt benötigen wir als Schule im Moment sehr dringend. Das heißt, wir sind dankbar für jede Art der Unterstützung. sei es finanzieller Art oder anderer Art. Also gerade finanziell ist es so, dass die Weinbergschule ausschließlich von den Eltern, Paaren, Familien getragen wird und das schon seit vielen Jahren und jetzt unsere Vorräte sozusagen erschöpft sind. Das heißt, wir sind jetzt gerade vor der Herausforderung, wir haben jetzt letztes Monat alle unsere Angestellten entlassen müssen, weil wir einfach sparen müssen, weil wir das sonst nicht mehr erhalten können. ganz ganz dringend brauchen wir eben auch Unterstützung für unser Indien-Projekt. Ihr habt es vielleicht gesehen an Beginn, die Schule, das ist ja nur Rohbau, das heißt, das hat noch nicht einmal ein Dach und wenn jetzt die nächste Regenzeit kommt und das anregend kann es sein, dass der ganze Bau dann kaputt ist nach der Regenzeit und ja, wir hoffen eben da auf Unterstützung und wir haben hinten beim Schulstand noch Informationen über unsere Schule und über die Indische Partnerschule und wir haben dort auch noch mehrere Weibschaubilder ausgestellt, die ihr euch gerne noch anschauen könnt. Ja und jetzt sind wir am Ende unseres Vortrags angelangt. Die Spendenbox ist für die Indische Schule auch hinten bei unserem Bücherstand. Gut, wir danken für eure Aufmerksamkeit. Fantastisch, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja. Was soll man hier zu sagen? Nochmal von vorne beginnen, oder? Danke. Okay, also was ich ganz besonders geschätzt habe jetzt Nummer 7 ist nicht der Baum der Erkenntnis, würden wir jetzt in unserer Sprache sagen, ich stelle fest, sie sei Christen, aber nicht gewusst. Nicht Baum der Erkenntnis, sondern Baum des Lebens. Nicht Statik, sondern Dynamik, Organismus. Das fasst irgendwie alles zusammen, was auch unser Denken immer wieder ausmacht. Ich denke, ihr habt das heute erlebt, diese verschiedensten Menschen, wir haben uns alle heute zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal sind wir uns begegnet und ich spüre nur eins, Organismus. Und ich spüre Leben, bei jedem einzelnen Referenten kam Leben rüber und das Leben ist das Licht der Menschen. Man hat das gespürt, wie es erfüllt, wie das Amen im Herzen drin ist, sagen wir als Christen, wie es hoch geht. Man einfach spürt, das ist die Wahrheit. Und wie jeder komplett anders funktioniert als der andere, da sehe ich den Organismus, diese verschiedenen Organe, Herzlunge, ihr könntet jetzt da ganze Vorträge darüber halten. Aber das ist der Sinn, glaube ich, wie wir zum Ziel kommen. Fertig Feindschaft, fertig Verklagung, fertig Rivalität, fertig Spaltung, nur noch Ergänzung. Wir sagen es euch, wir brauchen euch. Wir brauchen euch und wir lieben euch. Ja. 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 Ja.